wunderschönen guten abend willkommen zurück zu town of salem together mit dabei immer noch der hekel hallo die krisuke hallo der sparkus hallo und der dexter ich bin trauen ist nicht ich auch nicht was ist mit ihnen Stinkt. Perfekt. Habt ihr euch schon reportet? Doch nicht. Den tötet ihr heute nach? Ich lebe noch. Du lebst noch? Positiv. Aber zwei andere nicht. Wer ist noch mal gelieft? Der Pintred. Pintred, ok, schneller report. So, Sammy Seawall starb durch den SK und er lief noch instant sehr schön, hoffentlich war der Jailer. Damit er keinen Informationen weitergeben konnte. Er war Escort! Warum auch nicht, kann man machen. Ok, Blue Note scheint dann wohl SK zu sein. Eventuell, man weiß es nicht. Dumme Mafia. Ja. Bist du tot? Ja. Oh. Machst du böse? Ja. 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 Das wird ein Sieg für Dingenskirchen. Ha. Ja. 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 Ja, ja. Aber kurz auf klar. Was ist denn das? genau das tut die suche du hast du ein skimmel ändert nein ich war irritiert ich hab's von mir nicht erkannt ein doktor ist immer auf dem skin nein aber bei dir weiß ich halt inzwischen jetzt hat die frage executioner oder nicht executioner wahrscheinlich war halt einfach executioner der doktor sitzt das war klar hätte man innovieren soll er kann nicht sk sein meine presse oh mein gott und schuld ja das hat die traum verloren dies aussieht sei denn der sk killt jetzt den mafia oder die mafia rennt schön in den veteran rein oder sowas es könnte auch in den veteran rein rennen alle am besten muffet und flowy sind gut und ein veteran das ist interessant und 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 dass ein Random Town Claim von mir erschossen werden kann Marionette ist auf jeden Fall verdächtig, wie ich finde da werde ich aber nicht schießen jetzt noch alle, oder? äh, Dexter nicht bin tot haha Dexter zählt nicht aber ich leb noch, ja jetzt nicht mehr immerhin, die Mafia hat sich grad die Chance irgendwas zu claim versaut wissen sie auch gar nicht, wenn sie zu viele sind naja, es sind zwei was machst du? maximal zwei ich war Random Town Vigilante sj n hm Amen. Warum sind alle so still? Zwei Mafia, ein Executioner, das erklärt einiges. Wer ist weg? Der Dickster ist abgeraumt. Dickster ist weg? Also ein Internet ist noch da, sonst würde jetzt left the game. Auf jeden Fall wird gerade einer vom Skin her von uns gehängt. Ja. Hm, Kressukia? Bist du das? Jaaaa. Sie ist auch SK. Ja, das ist klar. Der Jailer ist auch schlau. Ist er? Wieso? Ach, ein paar Sachen. Deadshot und so. Hm. Ich finde das interessant, dass der SK, wenn der Jailer einen töten will, dann sofort auf den Jailer drauf geht. nicht. Ja, weil du ihn ja, weil er dich ja roblockt, ist bei der Escort genauso. Oder Konzert. Das ist einfach Klassik. Ballum. Ach Gott, scheiße, ich wusste doch. Bist du in den Wett reingerommen? Nein. Nein, ich bin der Wett. Oh, wie ärgerlich. Oh ja. Ich hab mich entschieden, doch keinen Alarm zu machen. Weißt du, der Jailer meinte, du hättest ihn angelogen als Veteran. Alter. Er meinte das halt gerade noch in der Nacht zuvor. Habe ich ihm gemeint, äh, nein, er ist confirmed. Ja, aber es gibt nur einen Town Killing. Hast du gemeint, du mich auch. Interessant ist auch, naja, wer lebt denn von euch noch? Ich. Du bist Mafia, gell? Das ist nicht gesagt. Bist du Town oder Mafia? Ich bin Mafia. Ja, also. Also im Prinzip ist es sehr interessant, weil eigentlich müsste der Milksnacks wissen, dass Marionette gelogen hat. Weil Marionette ist ja Gottfolge. Korrekt? Falsch. Aber es lügt. Weil Milksnacks hat nämlich gesagt, es wäre ein Medium. Und? Laut letztem Willen ist es Marionette. Marionette kann aber kein Medium sein, wenn es Milksnacks ist. Wir hatten jetzt echt Glück gehabt, dass ich doch nicht den Alarm gemacht habe. Insonsten hätte der... Das Medium einfach mal einen falschen Namen in der Chip geschrieben. Naja, Mafia hat eh gewonnen. Weil jetzt gerade der echte Schalf gekillt wird. If not Medic, dann Godfather. Wow. Naja, dann tütet mal das Milksnacks jetzt als nächstes das Spiel rum. Nein, ist nicht. Wieso nicht? Ein Executioner hat zwei Mafia. Oder haben sie echt gerade in Mafia gehängt? Mafia ist tot. Ja, dann ist ja Godfather übrig. Und der ist Marionette. Mötlich gehen sie trotzdem mehr auf Milksnacks, weil er abstinent hat. Ich frage mich, warum das Medium nicht früher was gesagt hat, dass das Medium Claim nicht möglich war. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Aber jetzt wird die Mafia eh killen und dann kommt es darauf an, wer hochgeweht wird. Ja, dann entscheidet der Executioner, wer gewinnt. Und die Frage ist, ob der... Ähm... Also eigentlich müsste der Godfather jetzt den Sheriff killen. Hat er auch. Muss er auch. Und Alona Moose wird sowieso den Mafia den Geek schenken. Nicht unbedingt. Natürlich. Und ähmlich. Ich hab so Zustimme. Ja. 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 So. Lü. Das werde sich jetzt entscheiden. Wie hier, wer gewinnen. Ja. Ja. Ja, er wählt Inno, wach, wach nun Aber ihre Erklärung war lustig Ah, ich hab sie, ähm, ignoriert Was hat sie denn erklärt? Äh, Esther hat sie gesagt, ich bin mit Mafia Äh, dann LOL, you know, Town has better wheat Oh, fuck Mafia Wow, gewinnen wir doch Ah, nee, die beiden spielen zusammen Entweder macht Anona jetzt ein riesengroßes, ähm Riesengroßes Scheiße Die beiden spielen zusammen Nee Wow, doch gewonnen Unfasslich Leicht unverdient Ja, war's Naja, immerhin Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß Seid beim nächsten Mal dabei Und bis dahin noch einen schönen Abend Und auf Wiedersehen Ciao Tschüss Natürlich auch im Namen von Dexter Der nicht mehr da ist Tschö 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 Tschö